Hello again, hello again. Also hier sind wir wieder und ich höre auch schon auf zu singen. Wir gehen nochmal zurück ins Dorf. Ich habe eine kleine Fehler gemacht. Das wird nicht mein letzter sein und es ist schon nicht mein erster. Ja, wir wagen es. Wir gehen hinein. Ja, sind wir auch. Ihr habt nichts zu verlieren, nur ich. Dankeschön. Wo war er dankt? Jo, das sollte er auch. Ja, dann gehen wir lieber mal woanders hin. Ich und anfassen, wieso soll ich ihn was anfassen? Oho, Hallöchen, diese. Seid mal her. Schatzi's Geschenke. Die hätte er auch mir machen können, echt. Ich stehe ja überhaupt nicht gern in fremden Schlössern rum, nein. Aha. Ja, das heißt ja dann wohl auf gut Deutsch, das werden meine Schätze sein. Jo, wir haben eine Rauchbombe. Rauchbomben können durchaus sehr nützlich sein, wie ich finde. Zumindest ab und zu mal. Spuck aus. Ach, verdammt. Na ja, okay, dann gehen wir mal zum König, ne? Gehen wir aus dem Weg. Lakai. Hello. Warum sind Könige eigentlich immer hässlich und bärtig? Ja, wir sind da. Ihr habt ja mich nicht geschickt. Wir kommen... Yeah, ich spinne es. Wieso Junge? Wir sind zu dritt. Ja, wir sind die neue Boygroup des Waldes, zukünftigerweise, ne? Wir sind keine Kinder, wir sind ein Boygroup. Ja, wir können gut singen. Dankeschön. Warum denn so pessimistisch, Mann? Gib Cooldown, Mann. Ach nein, komm, lass den doch, Mann. Was soll man zu so einem Dialog noch groß sagen? Jo, wir sind eh arbeitslos, haben keinen Job und jo, äh, warum auch nicht? Oh, Ivan ist gar nicht glücklich. Oh, Ivan ist gar nicht glücklich. Ah ne, das klingt nach Arbeit. Ja, na klar, Rodierlich. Was glaubst du denn du, Mann? Ja, klar. Oh, dass die immer alles von mir abhängig machen müssen? Wenn du nicht tust, was ich dir sage, dann bin ich niemals deine Freundin. Ja, wir sind wild entschlossen. So entschlossen wie Ivan. Nur ist gut. Oh, jetzt nimmt er den wieder weg. Ist der blöd. Jetzt leg schon wieder hin. Oh. Was ist mit uns? Das ist doch kein sicherer Tod. Wir sind doch Helden. Warum hat er jetzt seine Meinung so schnell geändert? Der weiß auch nicht, was er denkt. Du bist blöd. Alles doof. Kulima doof. Barrikade doof. Nein, das verspreche ich dir nicht. Ja, gell? Was? Was hast du gesagt? Wir brauchen keinen Schlüssel. Das hilft uns doch in der Tat weiter, liebe Freunde. Wenn wir nämlich keinen Schlüssel brauchen, dann können wir das so irgendwie machen. Übrigens wollte ich euch noch sagen, hätte ich jetzt fast vergessen. Diese ganzen Aufregung. Ich habe gelevelt. Und das nicht wenig. Ich habe mal zwei Stunden dran gerückt. Und wie ihr seht, auf Level 11 habe ich die Herren gebracht. Bis auf den Ivan. Der hüpft noch auf Level 10 rum. Aber das sollte für eine Weile reichen. Also gut zwei Stunden. Damit müsst ihr rechnen. Jetzt wollen wir mal gucken, wie weit wir hier kommen. Ah, es ist ein Schieberätsel. Das sehe ich schon kommen. Äh, jo. Okay, gut. Da werden wir jetzt mal gucken. Ich... Okay. So geht das also. Hehehe. Jetzt gucken wir mal hier. Obwohl, könnte das nicht... Bäume, die wir Menschen aussehen. Das ist auch so einer. Und wenn das jetzt der tolle König wüsste, ne? Würden wir Ärger kriegen. So, angekommen im Wald. Was ist los, Ivan? Was sagst du? Mann, wofür? Das ist nix gut, Ivan. Nix gut. Oh nein. Oh nein. What the hell passiert hier? Jemand greift meinen, seinen Verstand an. Der hat doch gar keinen. Ach du Scheiße. Wir werden eingeschläfert. Nein. Oh nein. Der Schnee im Frühling. Äh. Oh oh. Wir müssen weg von hier. Yeah. Aber sie können sich nicht bewegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Und jetzt passiert's. Das Abenteuer ist zu Ende. Nein. Irgendwas schützt uns. Ein Kraftfeld. Jemand hat ein Kraftfeld ausgesendet. Das uns beschützt. Von diesem Schnee. Glitzer. Schnee. Puder. Spray. Ja. Ich hab's genau gesehen. Ich, der Spieler, hab ehrliches gesehen. Oh. What? Ja. Wohl dem, der zaubern kann. Wupp. Die Küchener meldet sich lieber, liebe Freunde. Wir müssen Schluss machen an dieser Stelle. Wenn Geralt ausgehobst hat. Ciao, ciao. Bye, bye. Adiamos.